hallo und herzlich willkommen zum market roundup jetzt in dieser woche am 12.11 kalenderwoche 46 und was hatten wir für eine woche hinter uns super positive märkte ich glaube es hat sich echt wirklich fast alles im grünen bereich im super grünen bereich wir haben all time heiß gesehen in den usa bei allen großen indizes die deutschen aktien die europäischen aktien etwas unter druck gewesen zuletzt aber lasst uns direkt reingehen zum marktupdate wir haben wieder mal vier themen mitgebracht ich habe vier themen mitgebracht ganz oben auf der agenda natürlich die usa sehr wichtig gewesen in der vergangenen woche besonders auch für die internationalen märkte das erste thema den trump trade wir haben gesehen die us-wahl ist entschieden trump hat eine zweite periode im weißen haus errungen wollen mal schauen wie da die märkte reagiert haben besonders in den usa und europa wir haben tatsächlich fast untergegangen eine zinssenkung gesehen in den usa 0,25 prozent punkte ging es bergab jerome powell hat die zinsen erneut gesenkt wieder auch am in der gleichen woche wie die us-wahl da ist das ganze natürlich etwas überschattet worden wir haben news aus china ein 1,4 billionen und hier spreche ich von deutschen billionen debt swap programm das eine restrukturierungs programm für die schulden des wirtschaftsstandortes china und zu guter letzt wollen wir noch einmal auf den dax schauen denn wir haben ja auch große news aus deutschland bekommen von der bundesregierung die ja nicht mehr so richtig bundesregierung sein möchte und wir möglicherweise neue wahlen haben und wollen mal schauen was für auswirkungen das tatsächlich auf den dax hatte aber lasst uns direkt rein starten wir fangen an wie immer mit einem marktüberblick von der vergangenen woche ja und wir sehen tatsächlich alle indizes in den usa sehr sehr grün im plus wir haben fast fünf prozent bei den großen indizes erreicht s&p dao und nasdaq alle drei börsenfeuerwehr kann man es tatsächlich nennen alle drei an all time highs gekratzt wir haben im s&p verfahren die 6000 punkte gesehen im dow jones die 44.000 punkte und dazu tatsächlich auch die 10-year bond treasuries das heißt die yields die anleihe renditen sind tatsächlich auch ins positive gedreht für die woche in der letzten woche gab es tatsächlich wieder negative entwicklung seit jahresbeginn auch eine wunderbare entwicklung besonders der s&p verfahren mit mit fast 30 prozent jetzt auch der nasdaq mit fast 30 prozent im plus super entwicklung einen kurzen blick auf den russell 2000 der nebenwerte wert der nebenwerte index aus den usa mit einem plus von 9 prozent das hängt hier natürlich dann mit dem protektionismus oder mit dem angekündigten protektionismus trams zusammen was natürlich den us heimatmarkt und den unternehmen die auf dem vermehrt auf dem us heimatmarkt unterwegs sind operieren umsätze erzielen denen kommt das natürlich dann sehr zugute starten wir direkt rein ins erste thema trump triumphiert ja wir sind sie auf der linken seite trump hat sich ja ist zum zum zweiten male präsident geworden hat ja kamala harris und die demokraten ja gravierend geschlagen würde ich fast sogar sagen wir sehen dass hier auf der rechten seite 312 wahlmänner konnten gewonnen werden kamala harris und die demokraten 226 das heißt wir sehen hier die grenze von 270 wahlmännern die es benötigt um diese präsidentschaft zu gewinnen und wir sehen natürlich auch sehr interessant weil hier bei dieser wahl die bundesstaaten sind natürlich alle immer sehr sehr festgefahren will ich fast sogar sagen in ihren wahl ergebnissen das heißt es kommt immer sehr stark wie wir letzte woche auch angesprochen haben auf diese swing swing states an die tatsächlich wo es tatsächlich noch sehr offen scheint wie diese wählen würden und die haben wir gesehen es gibt insgesamt sieben swing states dieser trump alle gewonnen und dementsprechend konnte er die wahl relativ früh tatsächlich auch für sich entscheiden ich erinnere mich morgens um sieben morgens um acht glaube ich schon die ersten news gesehen zu haben dass trump sich selber als gewinner darstellt und dass die ergebnisse dahin tendiert sind das ist tatsächlich zu einer zweiten amtszeit des demokratischen des republikanischen entschuldigung präsidenten kommt ja der im verlauf des der präsidentschaftswahl hat sich auch die kongresswahl entschieden das heißt trump nicht nur oder die republikaner nicht nur im präsidentschaftshaus sondern auch im kongress diesmal führend oder erneut führend gegen mittag hat dann auch tatsächlich kamala harris dem neuen antierenden präsidenten oder dem neuen präsidenten trump gratuliert und es gab wurde auf eine ja positive zusammenarbeit hingearbeitet oder es wurde darauf angesprochen dass man darauf hin arbeiten möchte und ich hatte es eben gerade schon angesprochen der trump trade ist zurück wir hatten das ja in den letzten wochen auch schon angesprochen es gab viel spekulation darüber wie tatsächlich die wahl ergebnisse ausfallen und besonders uns hat natürlich immer sehr interessiert wie tatsächlich die wahl ergebnisse die börsen beeinflussen können was für unternehmen profitieren können was für sektoren profitieren können und ich habe hier mal mitgebracht auf der linken seite den s&p 500 und den sogenannten trump trade das heißt der handel unter trump ist sozusagen wieder zurück und die börsen haben es ja wie gerade schon in der wochenbetrachtung gesehen sehr stark gefeiert wir sehen hier die in den einstieg in diesen trump in dieses in dieses wahl die wahl nacht will ich mal sagen und den nächsten tag der s&p verfahren wirklich eine phänomenale performance hingelegt hier aus den tiefs hier sind die alten hochs neue hochs erklummen und auf der rechten seite sehen wir noch zwei drei andere assets die stark stark profitiert haben von der wahl des us amerikanischen präsidenten trump wir sehen hier die polling hours das heißt die auszählung der stimmen die die quasi die spannenden stunden des tages waren und wir sehen hier einmal den dollar der stark zugelegt hat wir sehen die 10 year treasury yield die hatten wir eben gerade auch schon gesehen das heißt die rendite der bundesanleihen die stark zugelegt hat wir haben auch kryptowährungen gesehen bitcoin am 6 november mit einem neuen all time high auf 75.000 us dollar ich glaube ich hatte jetzt gerade schon reingeschaut jetzt sind wir im moment gerade bei 90.000 us dollar das heißt krypto s&p und generell die märkte sind weiter auf einem positiven trend werden weiter ja sind weiter am steigen wir sehen hier noch mal den s&p 500 im mini das heißt das future format und sehen auch hier die ich mal ein stück hin zur seite die positive entwicklung die wir auch hier grob schon gesehen haben ja und ja wie gerade schon angesprochen hat es hier nicht gehalten das sind jetzt die zahlen direkt nach den ergebnissen 6. november 6. november wie wir alle wissen ging es tatsächlich danach weiter lass uns kurz einmal auf das thema eingehen trump trade was ist gemeint wir hatten es relativ häufig hier schon angesprochen und man hört es tatsächlich auch in den news relativ viel und auf anderen plattformen generell geht es erstmal um eine investment strategie oder generell markt bewegung die aufgrund des des neu erwählten präsidenten trump geschehen das ist die haupt aspekte dabei oder die haupt assets die dabei profitieren oder unter druck geraten sind sind kryptowährungen das haben wir gerade gesehen bitcoin sehr sehr starken kursanstieg gehabt wir haben die us-staatsanleihen gesehen die us-dollar der profitiert hat die haben aktien von trump namen unternehmen gesehen donald trump media das medien imperium was trump ja ich glaube letztes vorletztes jahr an die börse gebracht hat konnte in den letzten monaten oder in den letzten wochen besser gesagt als ich die ja der sieg von trump rauskristallisierte auf jeden fall starke kurs performance hinlegen wir haben sektorspezifische auswirkungen besonders sektorspezifische auswirkungen besonders der energiesektor und fossile brennstoffe konnten gewinnen auf der anderen seite vielen erneuerbare energie energien unter druck wir haben kleinere unternehmen gesehen die auf den us markt spezifiziert sind wir haben den russell 2000 gerade gesehen der eine sehr sehr starke kurs performance hingelegt hat und am ende natürlich der einfluss auf die internationalen märkte da wollen wir gleich noch einmal näher drauf schauen jetzt noch mal kurz vorweg europäische und besonders deutsche unternehmen sind natürlich mit den strategien oder mit den wirtschaftsmaßnahmen die trump ergreifen möchte jeder sprichwort zölle natürlich etwas unter druck geraten in den vergangenen tagen lasst uns noch mal auf konkrete gewinner schauen wir sehen hier auf der linken seite die ganze krypto geschichte wir sind hier ganz oben coinbase mit einem umsatz mit einem kurswachstum von 60 prozent seit knapp einer woche jetzt wir sehen microstrategy das unternehmen was vermehrt in bitcoin investiert wir sehen ethereum die stark profitiert haben wir sehen robin hood die sich auch mit trading und crypto trading beschäftigen die auch sehr stark profitiert haben fast 30 prozent und zu guter letzt bitcoin auch mit einem ständigen all time high was hier erreicht wird ich meine heute morgen haben wir knapp die 90.000 oder sind über die 90.000 us dollar geraten das heißt hier der positive trend auch immer noch aktiv und nicht abgerissen auf der anderen seite aktien haben natürlich auch profitiert wir sehen hier einmal die magnificent seven das heißt die größten aktien in den usa technologiewerte sind das wir sehen hier nvidia amazon den s&p verfrontet als durchschnitt wert wir haben google meta microsoft und apple dabei alle mit einem positiven mit einer positiven entwicklung nvidia mit plus zehn prozent natürlich top reiter und wir sehen es hier der tesla hat sehr stark profitiert wir haben das ja kurz kurz vorher noch gesehen der elon musk der besitzer ceo und geschäftsführer von tesla hat sich öffentlich sehr für trump ausgesprochen ist auf wahl wahl war ist im wahlprogramm von trump aufgetreten und dementsprechend antizipiert jetzt die börse dass trump ihm oder dass die regierung ihm zugeständnisse einbringen will so dass elon musk weiter quasi ungehindert sein imperium weiter ausbauen konnte die aktie dementsprechend ja am 8 november 30 prozent im plus das plus ist hier ich nehme es mal vorweg auch weiter hochgegangen das heißt wir sehen hier eine entwicklung von mehr als 30 prozent in der letzten woche super entwicklung natürlich gibt es auch verlierer ich hatte es gerade schon angesprochen renewable energy stocks das heißt nachhaltige energien die sind tatsächlich unter druck geraten das ist ja ein agenda thema der demokraten und camilla harris oder schräg trich beiden gewesen die erneuerbaren energie im land zu zu fördern und ab von öl und gas das heißt den schmutzigen schmutzigen technologien schmutzigen energieträgern abzuwenden wir sehen auf der rechten seite auch die europäischen aktien stocks europe 600 das heißt die 600 größten europäischen aktien die zunächst positiv reagiert haben wir sehen dass hier dann aber tatsächlich über die letzten tage doch diesen trend wieder abgebaut haben so dass wir jetzt eine negativere entwicklung oder eine negativere ein negativeren kurs will ich mal sagen als noch vor der wahl gesehen haben oder sehen besser gesagt langfristig muss man sagen ist das tatsächlich spricht man ja immer davon dass politische börsen kurze beine haben und das sieht man tatsächlich auch hier der markt ist natürlich kurzfristig sehr euphorisch und sehr viel markterwartungen werden dort in die kurse mit eingepreist hier sehen wir einmal dann tatsächlich die wertentwicklung des s&p 500 um die us wahlen herum seit 1984 hier haben wir vier werte auch mal mit dabei 2020 16 den durchschnitt von 1984 bis heute 2008 und 2020 und wir sehen hier ganz schön es geht tatsächlich mehr um tatsächlich die fundamentale entwicklung der wirtschaft und die fundamentale entwicklung der unternehmen die diese langfristigen kursentwicklung dann treiben als um die tatsächliche wahl und die ergebnisse der wahl oder die die möglichkeiten oder die chancen wie tatsächlich die börse auf die auf diese wahl so ein bisschen anspielt wir sehen hier tatsächlich auch 2020 natürlich eine super performance im durchschnitt sehen wir aber tatsächlich auch hier eine sehr gute performance im schnitt hier auf 100 genullt sehen wir hier etwas höher knapp 12 prozent kurs performance das ist ungefähr das was wir glaube ich jetzt auch in der letzten woche dann doch erzielt haben und wofür ist das interessant ja hier noch mal ein weiterer weiter blick das heißt wir schauen uns jetzt hier an was passiert tatsächlich mit aktien oder dem generellen aktienmarkt hier abgebildete s&p 500 wie wenn es positive oder negative reaktionen auf die wahlergebnisse gab das heißt der post election day das heißt der wahl der tag nach der wahl wird hier betrachtet und hier sehen wir tatsächlich eine positive entwicklung wenn aktien nach der wahl gestiegen sind hier in gelb sehen wir zehn tage später einen durchschnitt von 2,8 prozent 3,3 bis hoch auf ein jahr auf 11,1 prozent wir sehen die kurzfristige entwicklung wie ich sie auch gerade kurz angesprochen hatte ist hier tatsächlich sehr volatil das heißt wenn wir eine negative reaktion des marktes auf die wahlergebnisse haben sehen wir hier zunächst eine negative entwicklung diese gleicht sich aber dann tatsächlich über das laufende jahr im durchschnitt dann am ende aus so dass wir hier eine minimale unterentwicklung des index indizes von nur einem prozent haben kleinen schluch trinken gehen wir weiter ins nächste thema unter all dem ja euphorie unter all der euphorie an der börse sind tatsächlich auch die ja fett zinsen gesenkt worden das heißt die federal reserve hat die zinsen gesenkt um 0,25 basispunkte alles in den erwartungen dementsprechend gab es keine große kurs kurs reaktion oder markt reaktion auf diese ergebnisse natürlich muss man hier auch sagen dass die us wahl das ganze natürlich so ein bisschen überschattet hat und entsprechend hier ja kaum markt reaktion zu sehen war wir sehen hier die zinsen jetzt wieder auf negativ auf einem negativen fad sind tatsächlich noch lange weg von den tiefs die wir vorher hatten hier auf dem fast null prozent aber wir bewegen uns in die richtige richtung ein positiver impuls für die aktienmärkte ist das auf jeden fall kommen wir dann als überleitung dazu paul versus trump die geschichte ja und zwar sitz könnte es da ein ein konflikt zwischen den beiden männern geben donald trump als neuer amtierender us-präsident im nächsten jahr wird er ja dann vereidigt wir haben jerome powell als chef der fed 2016 2018 besser gesagt wurde oder 2017 besser gesagt wurde er das erste mal von donald trump ernannt 2021 dann erneut von beiden ernannt zum chef der federal reserve und es gibt so die ausgangssituation zwischen den beiden regt eigentlich dazu an dass es in der zukunft ein konflikt geben könnte zwischen den beiden personen zwischen den beiden persönlichkeiten zwischen den beiden instituten die sie repräsentieren zum einen gibt es den standpunkt von trump erfordert höhere einflussnahme auf die fed höhere einflussnahme auf die zinsen setzt natürlich mit seinem wirtschaftspolitischen mit seinem wirtschaftspolitischen themen darauf dass die zinsen in nächster zeit erst mal sinken werden dass sie weiter sinken werden so dass die wirtschaft weiter angekurbelt wird in der in dem in den usa und strebt auf kurze oder lange frist eine ersetzung von paul an auf der anderen seite betont paul die unabhängigkeit der fed die hauptaufgabe der fed sei es die preisstabilisierung zu sichern dieser sei auch bereit zinserhöhungen durchzuführen wenn es denn nötig wäre dabei ist zu sagen dass die dass die wirtschaftspolitische agenda von donald trump tatsächlich eher inflationsfördernd ist wenn wir uns jetzt kurz überlegen dass wir zölle erheben wollen gegen ausländische waren dann sind natürlich die waren erstmal inflationär das heißt die waren werden teurer das heißt produktionsstandorte in den usa müssen errichtet werden oder werden errichtet was die produkte besonders importprodukte aus asien doch dann wieder sehr sehr viel teurer macht dadurch würde die inflation angekurbelt werden das heißt die beiden persönlichkeiten stehen dann hier im konflikt wenn die inflation wieder steigt und donald trump weiter auf sinkende zinsen setzt um die wirtschaft anzukurbeln paul jedoch die zinsen steigern steigern möchte will oder steigert besser gesagt um eine preisstabilität in den usa zu sichern wirtschaftspolitisch ist das tatsächlich eine ja eine ungewohnte situation will ich mal sagen es gibt jetzt hier auch tatsächlich stimmen die behaupten dass trump paul ja einfach entlassen könnte das geht tatsächlich rechtlich nicht natürlich könnte er ihn zum zum abgang drängen aber eine wirtschaftliche oder eine situation in denen die er paul einfach entlässt ist tatsächlich nicht abzusehen da ist tatsächlich eher die die dass das warten darauf dass 25 also 2025 die zeit von paul sinkt die zeit von paul ein ende findet als fettchef und trump eine trump eine nahestehende person auf diesen posten einsetzt wirtschaftspolitisch machen wir gleich weiter wir sind in china ansehen der die börse an den usa die börse in hongkong tatsächlich mit einer positiven entwicklung der schanghai komposit mit einer negativen entwicklung zuletzt wir sehen beide aber tatsächlich besonders von den konjunkturen wirtschaftsmaßnahmen des landes noch im positiven bereich zuletzt japan mit einer kurs performance in der letzten woche von 2,3 prozent und ja auch in china gab es große neuigkeiten es wurde ein umfangreiches schuldenaustauschprogramm der regierung angekündigt ein sogenanntes debt swap program mit einem gesamtvolumen von circa zehn billionen yen um hier einmal den kontext zu geben den der chips act in den usa war knapp 280 milliarden us-dollar groß und der chips act in der eu mit dem man quasi die die chips in den jeweiligen regionen fördern möchte war nur 43 milliarden groß hier sehen wir jetzt dass das schuldenaustauschprogramm mit einer größe von 1,4 billionen us-dollar hier die deutschen billionen das heißt ja 1400 milliarden us-dollar die hier zur verfügung gestellt werden zur verfügung gestellt werden um genau ja refinanzierung umstrukturierung der schulden lokaler regierung das heißt es geht vor allem darum die sogenannten versteckten schulden zu tilgen man reagiert darauf damit auf die ernennung von trump als präsident und dem sich zuspitzenden handelskonflikt zwischen den beiden nationen die unter trump der unter trump natürlich weiter sich zuspitzen wahrscheinlich wird die chinesische regierung reagiert damit damit auf die versteckten schulden die tatsächlich zu hohen zinslastungen führen der lokalen regierung und insgesamt der gesamten regierung das heißt es wird jetzt zunächst eine schuldenobergrenze für lokale regierungen angefasst und es dürfen neue anleihen es werden neue anleihen rausgegeben um diese versteckten schulden zu refinanzieren die gewünschten resultate sind relativ selbsterklärend natürlich zunächst sollen die versteckten schulden verringert werden die zinsbelastung soll deutlich reduziert werden für das gesamtland so dass sich die handlungsfähigkeit im wirtschaftlichen und sozialen raum für die lokalen regierung erhöht wir sehen hier tatsächlich keine keine worte oder keine anspielung oder anspielung ist vielleicht das falsche wort keine keine nennung der wirtschaft wirtschaftspolitischen oder der wirtschafts wirtschaftssituation im land mit dem eingebrochenen immobilienmarkt hier wird jetzt von dieser von reaktion auf den eingebrochenen immobilienmarkt wird jetzt hier abgesehen und es wird tatsächlich versucht die handlungsfähigkeit der regierungen zu stärken um auf mögliche zölle und ja beschränkungen lieferbeschränkungen export beschränkungen oder import beschränkungen in die usa vorzeitig zu reagieren und hier auf der folie sehen wir einmal ganz kurz die verschuldung des chinesischen staates wir sehen hier in blau den angesprochenen versteckten schulden die jetzt in den letzten jahren deutlich deutlich gestiegen sind wir sehen hier immense zinsbelastung die natürlich das land und die gesamtwirtschaft belasten wir sehen hier auch natürlich eine sehr sehr schnelle und rasche steigerung die natürlich zum wirtschaftswachstum des landes beigetragen hat die natürlich auch aus dem wirtschaftswachstum des landes china resultiert das natürlich deutlich schneller wächst als volkswirtschaften bei uns in europa oder in den usa man zielt hier ja die fünf prozent wachstum im jahr an die man tatsächlich in den letzten jahren auch deutlich erreicht hat damit kommt natürlich eine hohe verschuldung einher und diese versteckte verschuldung will man jetzt refinanzieren um sich finanziell stärker aufzustellen und in anführungszeichen will ich mal sagen vorzubereiten auf die zweite amtszeit von donald trump zweite amtszeit zweite amtszeit zweite amtszeit so rum super überleitung nach deutschland hier wird ja auch eine nächste amtszeit wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich werden wir sehen hier die kursperformance oder die entwicklung der großen indizes in deutschland wir sehen hier den dax mit einem ein wachstum einer performance von 0,5 prozent m und s dax die jeweils kleineren varianten des daxes mit höherem deutschland fokus mit einer stärkeren performance wir sehen aber dann tatsächlich hier auch auf jahresbeginn der dax mit 16 prozent im plus m und s dax tatsächlich hier negativ und der m dax im leicht positiven bereich warum wir uns das jetzt mal mal ran gezogen haben habe ich doch ja war nur eine folie habe ich hier mal markiert und zwar habe ich hier mit dem blau mal die wahl nacht und die auflösung der bundesregierung oder den austritt der fdp und damit die ja auflösung der amtierenden bundesregierung mal markiert das ist ja tatsächlich beides am gleichen tag passiert ich erinnere mich noch morgens um 8 9 hat man sich gefreut dass die kurse in die höhe ging an den börsen und abends gab es dann die nachricht dass der finanzminister entlassen wurde und wir sehen hier einmal die vier stunden kerzen das heißt wir sehen hier eine deutlich bessere betrachtung der tatsächlichen ergebnisse wir sehen hier um 17 uhr war das ungefähr oder nachmittags abends war es ungefähr mit der mit der regierung wir sehen hier eine relativ ja moderate bis gar keine kursreaktion wir sehen hier einmal die kerze die nach oben geschnellt ist da muss man natürlich auch sagen alles wie auch schon mit den fett leitzinsen alles natürlich im sog der us-präsidentschaftswahl und der ja der erwartung dass die wirtschaft in den usa nun doch wieder sehr stark steigen wird und dementsprechend handelspartner und generell die weltwirtschaft wieder aus dem trott rauskommt besonders in deutschland mit den rezessiven quartalen die wir zuletzt hatten hat man hier doch doch dann hoffnung gesehen wir haben auf der anderen seite aber tatsächlich auch deutsche autobauer oder deutsche exporteurs unternehmen gesehen die tatsächlich von handelsbeschränkungen wie auch in china dann deutlich abgeschlagen wurden sehen dann hier auch eine negative performance nichtsdestotrotz sehen wir dass sich seit auflösung der bundesregierung und der us-wahl natürlich beides immer zusammen betrachtet hier eine positive entwicklung stattgefunden hat hier jetzt zuletzt die kerze etwas weiter unten jedoch sehen wir hier keine große reaktion wenn wir uns überlegen was da wohl passiert wäre wäre diese situation in den usa aufgetreten lasst uns reingehen und einmal kurz überlegen warum der dax tatsächlich so unbeeindruckt vom ampel aus reagiert hat ja und das liegt daran da sprechen wir relativ häufig darauf dass die dax konzerne und die unternehmen die sich im dax befinden oder im leitindex dax befinden ja weltkonzerne sind wir sehen hier auf der rechten seite einmal die umsatzentwicklung die wir immer gerne ran ziehen sehen hier die den umsatzanteil der in deutschland erzielt wird mit 18 prozent und wir sehen den umsatzanteil der usa den ich hier mal mit ran ziehen möchte das heißt für oder runtergebrochen heißt das dann für unternehmen die wirtschaft in den usa und das das funktionieren der wirtschaft in den usa und das funktionieren der regierung in den usa ist für die deutschen dax konzerne im schnitt im durchschnitt natürlich betrachtet erstmal wichtiger als die wirtschaftliche entwicklung deutschlands deshalb hier auch eine sehr schwache kurs oder marktreaktion ja die unternehmen sind wie hier auch steht global ausgerichtet wird ein großteil der umsätze im ausland erzielt man ist nicht wirklich abhängig oder nicht wirklich abhängig die abhängigkeit dort von deutschland und der deutschen wirtschaft ist relativ gering wir haben internationale markttrends wie die sinkenden zinsen beispielsweise oder die aufstrebende wirtschaft in den usa von der jetzt erwartet wird dass sie kommt die diese trends wie mit der bundesregierung auf jeden fall befeuern und auf der letzten schiene sehen wir natürlich den einfluss der eu-politik das heißt die unternehmen im dax wir sehen dass hier den eu-zonen anteil ist deutlich höher das heißt die gesetze und abkommen die auf eu-ebene erzielt werden sind entsprechend hier umsatztechnisch gesehen auch erstmal von größerer wichtigkeit als die deutsche entwicklung es bleibt trotzdem spannend besonders mit der neuen regierungsbildung jetzt hatte ich gerade heute morgen gelesen dass das die neu wahlen tatsächlich doch erst im frühjahr kommen sollen das heißt hier steht tatsächlich einiges noch auf dem spiel besonders für die jetzt noch amtierende regierung die ja doch relativ viele viele neue gesetze noch abschließen will ich glaube es bleibt sehr sehr spannend in deutschland sehr sehr spannend in den usa und besonders auch sehr sehr spannend international wir haben diese woche auch wieder earnings die haben quartalszahlen besonders aus den bereichen big tech china wir haben hier jd.com wir haben hier alibaba und bilibili aus china wir sehen tatsächlich aber auch spotify die heute zahlen liefern wir sind sie limited auch aus dem asiatischen raum haben hier konsumgüter mit dabei mit dole wir sehen walt disney die natürlich wieder sehr interessant werden könnten ob sich da das streaming geschäft weiter positiv entwickelt und wir sehen tatsächlich auch konsumgüter hier mit dole und das alte börsenbörsenhistorium will ich mal fast sagen cisco was morgen auch zahlen liefert mal gucken ob die tatsächlich weiter vom trend der ki profitieren sehr spannend ich freue mich auf die zahlen und vor allem freue ich mich tatsächlich auf die kommende woche wir haben aktienautob intuitive surgical ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen ein robotik hersteller der im op-saal agiert ein sehr interessantes unternehmen ich freue mich schon das vorzustellen am donnerstag um 10 uhr 30 wir haben dann die eine aktienwerkstatt um 16 uhr 30 in der wir uns dem thema robotik widmen und einen blick auf den sektor werfen wollen und schauen wollen wie der sektor performt was für unternehmen es tatsächlich im sektor gibt ein bisschen hier die vorarbeit auf unser neues kommendes technologie depot und dann sehen wir uns nächste woche am 19 wieder zu den spannendsten themen im market router wunderbar ich freue mich hat eine super woche und wir hören uns tschüss um und Vielen Dank.